Mahlzeit Leute, ich bin's wieder. Euer Panda. Ja, hier ist er wieder. Es ist immer noch warm. Ja, so ist es. Die Wärme macht einen zu schaffen, aber was wollen wir machen? Ja, fragt euch sicherlich, was gibt's heute? Naja, gut, man kann's im Titel lesen. Heute gibt's Visions of Atlantis mit Master the Hurricane. Die Band ist mir völlig unbekannt, ich habe absolut keine Ahnung. Ich lasse mich einfach überraschen. Ihr hoffentlich auch. Ich würde sagen, wir starten direkt rein und schauen, was so geht. Und los geht's. Dauphine Records Was? No, das war? Ja. Das war's für heute. Was ist das? Nice boys. Feeling the rays of the sun, they're fading away. Watching the world come undone. Salvation begins as you pray. Raging storms bring the rain. How can I master the hurricane? Solid storm turns to clay. I fear the way till my calm will fade away. Raging the fires of hate and embers of stone. Explosion, Armageddon, destroy the embers of stone. Raging the towns where my pain's engraved in walls. Explosion, Armageddon, reset my presence before. Feeling the rays of the sun, they're guiding the way. Watching the world change and form. Salvation begins as you pray. Raging storms bring the rain. How can I master the hurricane? Solid storm turns to clay. I fear the way till my calm will fade away. Raging storms bring the rain. I fear the light. Rest grouped together with the snow. Raging storm brings the fire. If you haven't here, ready to burn away. As per Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was? I'm not to master the hurricane Healing wounds from decay I am the force of the core That never shakes I am the force of the core Yeah, that was Visions of Atlantis, Master the Hurricane Hat ein bisschen was für Musical gehabt Auf jeden Fall ging relativ lange, muss ich sagen Ja, spritzt in Melodik, Metal einordnen Oder Pirates Metal Ich kenne, wie gesagt, die anderen Titel nicht Die anderen Musikstücke nicht von der Band Aber das war auch schon sehr Piraten-mäßig Holt mir den Schiff raus Die hat eine Mission gehabt, was passiert Und diese Mission hat sie abgewendet Und hat dann eine Insel entdeckt Sehr coole Stimme, also sehr schöne Stimme von der Frau Auch von dem Sänger Echt klasse Wie gesagt, sehr Musical-mäßig Aber cool Hat mir schon gefallen Ähm, ja Das war's auch schon wieder Ich hoffe, ihr hattet genauso Spaß wie ich Wenn euch die Band gefällt Guckt gerne mal rein Ansonsten Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben, wie ihr Bock habt Und ja, bis zum nächsten Mal Euer Pender Und ja, bis zum nächsten Mal Euer Pender Ja, bis zum nächsten Mal Und ja, bis zum nächsten Mal Vielen Dank.